Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. So, wir waren hier in Welt 5 stehen geblieben. Ich nehme mir jetzt mal keinen Pilz mit. Ich weiß nicht, ob ich einen brauche oder wie oder was. Ach ja, da war ja was. Ein Pilz für mich bitte? Dankeschön. Komm, komm, geh runter, kusch. So, und was ist bitte hier? Nix. Und noch ein Pilz. Das ist, das ist mies. Ähm. Ähm. Wie lang, wo lang? Komm mal her, Cooper. Komm du mal her. Ich brauche dich mal kurz. So. Ach ja. Was mich irgendwie noch so ein bisschen stutzig macht. Ich habe schon wieder nirgendwo eine Sternenmünze gesehen. Moment. Hier müsste eine sein. Ah. Komm her, Cooper. Und tanze nicht auf der Scheil rum. So. Oh. Okay. Das hätten wir. Das ist die zweite. Oh. Was ein Mist. Äh. Ja. Wir probieren es nochmal. Komm. Puste dir mal. Äh. Wenn das wirklich so lang dauert. Und weiß ich jetzt. Bescheid, dass ich dann auch drüber springen kann. Äh. Äh. So. Jetzt hier noch warten. Irgendwo muss die doch sein. Kopf runter. Ach ja. Da war ja nur ne. Münzen und so. Komm. Komm her. Ich habe da so eine Vermutung. Mitnehmen. Und zack. Was haben wir denn hier versteckt? Oh. Ein Leben. Wirklich? Hm. Was ist eigentlich hier? Nix. Das sieht so verdächtig aus. Moment. Hier war der Staat. Hier ist aber nix. So. Ich hätte jetzt noch eine andere Vermutung um meine Zeit. Und zwar. Nö. Okay. Hier schon mal nicht. Hm. Wo ist die erste Münze? Ich brauche ja mal einen Pilz, dass ich hier die ganze, diese ganzen Beißerchen wegschießen kann. Kopf runter. Hopp hopp. Zack zack. So. Nimm doch. Dann ebenso. Und an der Feuerblume wären wir definitiv lieber. Aber wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Machen wir den Kopf hoch? Geht doch. Ne. Hier oben ist auch nix. Boah. Oh. Ein Pilz wirklich schon wieder nur? Boah. Hier muss doch irgendwo was sein. Wartet mal. Wartet mal. Vielleicht hier irgendwo? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so, so nah aufeinander kommen, ne? Hier ist ja die zweite schon. Okay. Dann wird das schon wieder das erste Level sein, in das wir nochmal rein dürfen. was soll's. Ist für mich eh einfacher, als wenn ich hier stundenlang rumsuche. Na komm her. Zack. Und. Hopp. Na komm. Schwing. Eisblume. Also eine Feuerblume wäre auf alle Falle besser. Okay. Nein, das ist die falsche Richtung. Mein Leben. Oh Gott. Äh. Warte mal. Nur Münzen? Boah. Das ist jetzt so fies. Ne? Da sieht man mal hier so eine Stelle und dann sind da nur Münzen drin. So. Zack. Moment. Da muss ich doch sicherlich nach oben. Ha. Sternemünze? Jupp. Meine. Uh. Oh. Jetzt dachte ich eigentlich, das Ding wäre auch kaputt. Naja, aber solange nur eine fehlt, ist es kein Problem. Und hopp. Äh. Halt. Ich brauche doch die Leben wieder, nachdem ich die das letzte Mal so verschwendet habe. Mario-Time. So, die Frage ist, wo können wir jetzt lang gehen? Eigentlich müssen wir hier lang, hier lang, hier lang und hier lang. 5-2. Das Level, denke ich, kriegen wir noch untergebrachte in der Folge. Auf alle Fälle. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie ich mich, wie ich mich hier anstelle, ne? Uh. Rage. Äh. Warte mal. Kann ich dich wieder abkühlen? Komm, komm mit Wiggler. So, was gibt's? Oh, es kommt, es kommt. Und der Feuerblume ist doch schon mal was Feines. Ich kann euch immer noch nichts. WTF? Da oben sehe ich was. Ähm. Ja. Vielleicht am besten so von hier. Huch. Habe ich da überhaupt rein gemusst? Ich glaube schon. Äh, da ist noch eine Münze. Äh. Komm her, komm her. Au, au, au. Oh, oh, oh. Das könnte hier ein bisschen eng werden. Haha. Okay. Nein. Nein. Oh Gott. Ich glaube, da oben gibt's doch was. Warte mal. Okay. Jawohl. Jawohl. Dass da oben schon die nächste Münze ist. Ich glaub's jetzt mal nicht. Äh. Da oben vielleicht? nicht. Nö. Nö. Nö, nö, nö. Aber da oben ist ne Röhre. Komm her, du. Ne, da geht's nicht rein. Nein. Leider. Leider. Uh. Muss ich ein bisschen langsam machen. Ich hoffe, ich hab die dritte Münze jetzt noch nicht verpasst. Sieht mir doch fast so aus. Okay. So kann's gehen. Ja. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Das sind jetzt von zwei Leveln zwei Münzen, die mir fehlen. Finde ich, finde ich nicht toll. Und ich komm immer noch nicht an das untere Level ran. Das ist doof. Na komm. Gehen wir ins Zwischenschloss. Eigentlich wollte ich ja die Level nach und nach abarbeiten. Äh. Ist ja vielleicht ne Eisblume drin. Natürlich nicht. Wobei mir die hier wirklich lieber wäre wegen den Knochen-Trocken-Fusseln. So. Okay. Warten. 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 Ich kann doch hier drauf springen, oder? So. Einmal hier rüber. Nicht zu schnell. Und hier muss ich eigentlich schon fast die ganzen Phasen abwarten, ne? Ja. Denn es kann ja sein, dass hier eine Sternenmünze irgendwo an den Seiten versteckt ist, ne? Ob mir da für die Zeit reicht. Oh, da sehe ich eine. Da sehe ich eine. Andere Seite, bitte. James, fahren Sie mich nach rechts. Dankeschön. Oh, langsam, langsam, langsam. Ne, ich sollte hier nicht so risky Sachen machen. Ich sollte einfach die linke Plattform nehmen. Ich wollte jetzt über den, über den Block nach oben, aber, äh, ja. Oh, hier nach oben, hier nach oben, hier nach oben. So. Äh. Äh. Wo springe ich denn am besten nach oben? Vielleicht hier? Oh, da ist ein Leben. Braucht doch kein Mensch. Huh, Stacheln. Stacheln von links. Äh. Äh. Wartet mal. Ja, Gott. Gerade noch so. Äh. Das war ein bisschen zu weit. So. Einmal hier rüber. Böse, böse. Stacheln. Sie wollen. Sie wollen mir ans Leder. So. Und hier ist der 100% die letzte Münze. Mhm. Oh Gott. Da brauche ich nie nur einen Anlauf. Komm. Geh rüber. Geh. 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 naja Hau dir nur auf den Arsch Nicht weg springen hier Übertreibt doch nicht gleich so Der war jetzt fies Der war jetzt fies Na komm mal her Und tschüss Tschüss bis später Okay dann hätten wir das Level auch abgeschlossen Moment mal ich glaube ich weiß sogar wie ich an das andere Level komme Ja erstmal speichern Aber ich werde eh gleich eine Aufnahmepause machen Jetzt könnte ich natürlich zu dem Level Aber das werden wir das nächste Mal auch schaffen Ja wie gesagt ich werde hier eine kurze Aufnahmepause machen Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii